Wie wir die anfahren. Das ist nicht zu teuer. Ey, da kannst du doch nicht vorfahren, Mann. Bremst doch mal. Bremst doch mal. Ey, reicher Mann. Sag mal White Man. White Man. Hallo. Wieso Geld reinmachen? Wieso Geld reinmachen? Ich kann mir nächstens 2 Euro reingeschmissen. Der kann bei meinen Fuß löschen lassen.